Ein kleiner Junge hat als Flitzer ein argentinisches Fußballspiel unterbrochen. Im YouTube-Kanal von Telegoal ist ein Ausschnitt zu sehen. Kurz vor dem Ende der Partie zwischen River Plate und Club Atletico Lanús am 9. Spieltag der Primera Division läuft der Junge auf den Rasen. Mehrere Minuten lang entwischt er immer wieder den Sicherheitsleuten. Der freche Flitzer veräppelt seine Hescher sogar, indem er auf sie zuläuft, um dann hakenschlagend zu entkommen. Das Publikum feiert den kleinen Jungen begeistert und pfeift, als er endlich geschnappt wird. Bei YouTube sind die Reaktionen allerdings gespalten. Auch hier gibt es Zustimmung. Für manche ist er gar ein Idol. Andere beschimpfen ihn hingegen für seine Störaktion. Mehr als 200.000 Zuschauer haben den Frechdachs bei YouTube schon gesehen.